Hallo und herzlich willkommen hier wieder zurück bei Wesleyan Evil 7. Wir sind hier aus dem Teller rausgekrochen und hier stehen geblieben und jetzt müssen wir gucken. Die Miefen furchtbar. Das sind Socken. Die Miefen noch immer furchtbar. Wir müssen jetzt gucken, dass wir hier... Karte des Haupthauses. Hier ist eine Karte. Ähm, Map. Waschraum bin ich jetzt. Hier ist das Esszimmer. Hier waren wir in der Küche, Wohnzimmer, Speiseklima. Hierfür brauchen wir einen Schlüssel. Vielleicht brauchen wir den Führerschein auch. Ich weiß es nicht. So, wir nehmen es einfach mal mit. Was ist das? Wir haben mal Kraut Session. Inventar. Ich habe jetzt drei Kraut. Kombinieren. Kann ich da irgendwas machen? Auch ein Arzneidding habe ich. Ansehen. Mal gucken. Von Mia Winters. Darley. Komm und hol mich. Bakerfarm. Das war die E-Mail, die ich bekommen habe wahrscheinlich. Ein F steht da, glaube ich. Kann das sein? Ihr müsst es da drauf, aber... Okay. Dann schauen wir uns mal weiter hier oben eben. Vorher aus dem unheimlichen Kellerraum rausgehen. Mal drehen. Didrich. Nice. Das ist jetzt kacke. Wieso klingelt das scheiß Telefon? Wieso klingelt das Telefon jetzt? Warte mal. Habe ich mich jetzt ein bisschen geheilt? Ah, ich muss da drangehen oder was? Oh ne. Das Telefon ist schon noch grad nicht da. Gut gemacht, Ethan. So, ich stimmts. Wer zum Teufel sind diese Leute? Hörst du und hör zu, wenn du am Leben bleiben willst. Du musst aus dem Haus raus. Gleich geht's meinen Weg durch die Eingangshalle. Okay. Und das Teil an deinem Handgelenk ist dein Kodex. Verlier nicht. Er ist wichtig. Und das Telefon. Reizendes Mädchen. Danke. Das Telefon hat jetzt keiner gehört. Ich bezweifle es. Ich bezweifle es wirklich. Aber okay. Wir müssen aus dem Haus raus. Und der kranke, kranke Mann ist hier bestimmt auch noch. Wobei, ich hab ja einen Dietrich. Und eine Tür war verschlossen. Kann ich hier noch irgendwas angucken? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Okay. Wieso kann ich da nicht durch, zum Beispiel? Das muss ja irgendein Rätsel sein. Soll ich da nicht durch kann. Dafür muss ich wahrscheinlich was finden. Aber irgendwo war ja eine Tür, die wir nicht öffnen konnten. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal sehen, dass wir hier schnurstracks versuchen ins Haus zu kommen. Also in diesen Raum. Da, das war die Tür, glaube ich. Er vernagelt gerade die, die, die Fenster. Ja, das war's. Ja. Das war's für heute. Ich vernagelte gerade die Fenster. Die Polizei. Nein. Okay, uns haben kürzlich mehrere Anrufe über vermisste Personen erreicht. Sie verstehen nicht. Ich muss hier raus. Beruhigen Sie sich. Sie hören mir nicht zu. In diesem Haus gibt's Irre, die mich umlegen wollen, verdammt! Ja, na gut, ich sage Ihnen folgendes. Sie scheinen sie auch nicht gerade alle beisammen zu haben, okay? Machen Sie Witze? Also, wie gesagt, es wurden mehrere Personen vermisst gemeldet. Und ich kann nicht ausschließen, dass ein Außenstehender wie Sie daran beteiligt ist. Okay. Ich sag Ihnen, was Sie wollen. Okay. Das klingt schon besser. Gut. Treffen wir uns in der Garage. Dort reden wir. Hey, halt! Geben Sie mir Ihre Pistole. Sie haben wohl den Verstand verloren. Schauen Sie. Officer. Hey, Deputy. Da passiert irgendwas. Genau. Deputy. Wollen Sie meinen Namen in den Todesanzeigen lesen? Oder wollen Sie in Hellstern um mein Leben retten? Ein verdammtes Taschenmesser? Hier. Nehmen Sie's. Mehr kriegen Sie nicht. Ja, der Messer. Hinter mir steht bestimmt was, oder? Was soll ich mit einem Messer? Ich wette, der ist tot. Hey, wir müssen hier raus, verdammt. Zuerst erzählen Sie mir, was Sie hier draußen so spät alleine machen. Ich. Was ist mit Ihnen? Das ist mein Job. Machen Sie Ihren Job und antworten. Antworten Sie endlich. Sie würden mir nicht glauben, wenn ich es Ihnen erzähle. Ach ja? Hey, das Dorf! Das Dorf machen! Stopp! Schnell, das Dorf. Das ist gewollt. Das Dorf. Ah! 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 Okay, thank you! Ha ha! Ah! 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 Ich fahr einfach nochmal drüber! Oh, fuck! Ah! 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 Das ist klar! Das ist klar! Ah! 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 du jetzt tot sein der typ alter krank hier ist auch noch was glaube ich oh oh Junge schau was du angestellt hast scheißkerl alter Die sind doch krank, die Typen, ey. Der lebt wieder. Hä, wo muss ich jetzt hin? Äh, zur Eingangshalle kommen. Aha, gut. Den Polizisten kann ich nichts machen. Der Typ steht auch nicht auf. Unbedingt. Glaube ich nicht, dass er aufstehen würde jetzt. Aber. Wie mache ich denn? Ach, da ist eine Leiter. Na, eine Pistole habe ich, sehr gut. Wie kann der so überleben? Ah, ein Stier. Ochsenstatue. Nimm ich mir mal mit. Aber was das jetzt bedeutet. Er liegt da noch. Sehr gut. Er liegt da noch. Er liegt da noch. Der ist krank, der Typ. Der ist echt krank, der Typ. Liegt der da noch? Gut. Ich würde aber sagen, bevor ich hier weitermache, machen wir hier auch noch einen Pause. Und wir sind es beim nächsten Mal wieder bei Resident Evil 7. Bis dann. Tschüss. Tschüss.